Heute Nachmittag im Probesaal des Hessischen Rundfunks. Popsängerin Alice Merton probt mit der HR-Radio Big Band. Ihr neuestes Projekt zusammen mit dem Hessischen Rundfunk. Und mit dem Hessischen Rundfunk hat sie eine ganz spezielle Verbindung. Letztes Jahr spielt Alice Merton zusammen mit dem HR-Sinfonieorchester mehrere Tage in Frankfurt. Auftreten mit einem Riesenorchester, ein Traum wird wahr. Wenn man sowas machen kann mit Orchester oder mit Big Band, dann gibt es so viele Farben, die dazukommen und so viele andere Möglichkeiten, die der Hörer noch nie gehört hat. Und ich finde, das öffnet eine komplett andere Welt. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und ich bin total dankbar, dass ich überhaupt diese Chance habe. Galant performt Alice Merton ihre Songs mit dem Orchester. Bei Popkonzerten flippt sie richtig aus auf der Bühne, ist oft am Tanzen und Hüpfen. Und jetzt wird ein weiterer Traum wahr. Morgen und übermorgen tritt Alice Merton mit der HR-Big Band auf. Ihre Songs in neuem Arrangement. Heute waren die letzten Proben. Ich würde sagen, bei diesem Konzert werde ich nicht so viel rumspringen. Ich finde, die Arrangements bieten sich gar nicht zu sehr an, um so richtig rumzuspringen. Ich glaube, es ist eher so ein Genießer-Konzert. 2016 ist Alice Merton mit No Roots international bekannt geworden. Seitdem geht es mit ihrer Karriere bergauf. Alice Merton, verwandt mit dem einzigen bekannten Frankfurter Großunternehmer Wilhelm Merton, hat schon in vier Ländern gelebt, spricht mehrere Sprachen. Mit Frankfurt verbindet sie viel. Ich finde es total schön, dass ich in Frankfurt geboren bin. Und jedes Mal, wenn ich nach Frankfurt komme, machen wir schöne Sachen, so wie das Orchesterprojekt oder hier mit der HR-Big Band. Also irgendwie fühle ich mich schon sehr verbunden zu dieser Stadt musikalisch, weil ich hier einfach so viele Möglichkeiten und schöne Konzerte spielen darf. Und das ist für mich ein Highlight auf jeden Fall. Also das Orchesterprojekt letztes Jahr war, glaube ich, das Highlight meines Lebens. Ihren neuesten Song, Waste My Life, auf Deutsch Verschwende mein Leben, hat Alice Merton ihren Fans gewidmet. In Waste My Life ging es einfach darum, dass ich ein Lied dem Publikum schenken wollte. Im Sinne von, ich will mein Leben damit verschwenden, in Anführungszeichen, das zu machen, was ich hier mache gerade. Konzerte spielen, Songs schreiben. Und ich finde, als Musiker hat man wirklich Glück, etwas zu machen, was einem richtig Spaß macht. Bekannte und neue Songs wird Alice Merton singen. Beim Auftritt mit der HR-Radio Big Band am Donnerstag und Freitagabend um 20 Uhr im HR-Sendesaal. Karten gibt es noch. Sie kosten 34 Euro. Los Angeles Merton Dinosaurant Anar요 Anar interfer Omar